Hallo, wie ihr seht, von Unity Engine entstanden. Hier ist No Escape. Was ist denn das jetzt wieder? Nächstes Indie Horror Game, ich bin der Thomas. Und es geht los. Wir sehen hier irgendeinen Irren-Iren-Iren-Iren-Iren-Iren-Anstalt. Aber ich kann nicht mehr reden hier. Achso, das sind hier Batterien, ah, okay. Kann ich jetzt öffnen? Nee. Kein Schlüssel, was ist das da? Äh, locket. Sie ist locket. She's scared away. Was? Ja, aber ich... Ich würde hier gerne mal, ähm, das Ding öffnen. Hallo? Achso, ah, ich muss ziehen. Ah, okay. Ich verstehe. Sehr cool. Wie... Guckt wie in Amnesia. Ich mach's zu mir, zieh das hin. Und weg. Wie in Amnesia. Muss man hier die Türen... Äh, aufziehen. Sehr schön wieder. Oh Gott. Ah ja, hier kann ich alles rumschmeißen. Ja, ja, das will ich jetzt nicht. Okay, da ist nix drin. Boah. Ich glaub, das ist hier... Richtige... Richtiges Schockspiel, oder? Kann sein. So, Ärzte. Kammer. Hier ist wieder... Tralala. Eine Notiz. Okay, vom Patienten. Äh. Ja, du. Ah, okay. Atelier-Taste ist... Die Taschenlampe. Äh. Wieder voll machen. So, was haben wir hier? Nix. Mal aufziehen, da ist nix drin. Boah, das ist echt heftig, ey. Wo kann ich nicht mehr raus? Hallo. Hä? Was ist denn jetzt los? Die Lesbe nix mal raus. Hallo. Da hast du mich raus. Was? Würdest du mich mal ra... Warte mal. Komm hier, irgendwas. Ist das das einzigste, was man da machen kann? Boah, ist das eh. Warte mal. Ich würde mal gerne wieder rausgehen hier. Warum geht es jetzt nicht? Wat? Oh, es hat sich verändert, oder? Was geht denn hier ab? Achso, kein Schlüssel. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Schlüssel. Und ich kann nicht rennen. Boah, noch so ein krankes Zimmer hier. Boah, Alter. Taschenlampen kann ich immer gut gebrauchen. Okay, kann man nicht lesen. Eine Uhr. Gehen wir hier hinten weiter. Ist hier was drin? Ne. Hm. Oh, was ist was denn? Äh. Alter, w- Äh? Werden hier gerade die Erinnerung wach, oder was? Achso, meine Güte. Um Gottes Willen. Ich will es gar nicht wissen. Okay, ist leer. Hä? Was ist denn jetzt los? Boah, der erschrickt mich, oder? Ich muss irgendwie einen Schlüssel finden. Oh, oh. Ist gerade so ein komisches Geräusch. Oh, lass mich in Ruhe. Danke. Boah, kannst du mal aufhören da auch. Klebeband. Ja, ist ja gut. Oh, Mann. So, Willis. Ja, hallo Willis. Grüß Gott. Du mich auch. Weiter. Boah, alter. Was ist denn das? Oh nein. Noch mehr so Dinger. Die gefallen mir überhaupt nicht. Jetzt hat er wieder gemalt, oder? Ne, doch nicht. Okay. Oh. Scheiße. Was? Boah. Das war jetzt gut. Das war zu gut. So, was haben wir hier? Kerze. Das Bumper zu komisch. Hm. Ja. Was denn jetzt? Die Tür wieder auf hier. Alter, wie viele Türen gibt es hier noch? Eine Map wäre auch mal ganz gut. War der Fernseher schon mal dargestanden? Ich weiß es nicht mehr. Okay, weiter laufen. Weiter, weiter, weiter. Wir brauchen immer noch Schlüssel. Wir brauchen noch den Schlüssel. Oh, 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 oh. Mein Gott. Hört das gar nicht mehr auf. So, was haben wir hier? Gar nichts. Gar nichts. Dann gehen wir hier rein. Boah, ich habe jetzt mal Angst, hier die Tür aufzumachen. Wer weiß, was da ist. So. Day night. Was ist denn jetzt? Was? Oh. Halleluja. Was ist denn da war ich hier? Was ist das denn jetzt? Das ist mein Raum hier, oder? Da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Für Exit. Ha. Ich laufe da lang. Okay. Ich muss Exit finden. Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh. Halleluja. Was ist jetzt los? Achso, es geht noch weiter. Oh, Gottes Willen. Achso, das ist dann immer Schlüssel finden, oder was? Oder wie? Oder was soll ich jetzt verstehen? Muss ich jetzt immer Schlüssel finden, oder? Keine Ahnung. Ich lasse einfach mal durch hier. Ne, da gehe ich raus. Tschüss. Hä? Warte mal, von da kam ich, ne? Ne, wir gehen da lang. Mal ganz anders. So, hier ist eine Batterie wieder. Sehr gut. Ist hier was drin? No. Natürlich nicht. Machen wir die Tür auf. Ist hier was drin? Ich glaube nicht. Kann man auch nichts anfangen damit. Doch. Hier ist eine Batterie. Äh, ja. Da hinten jetzt. Oh nein. Hier war so ein Geistesgestörter. Oh nein. Oh. Ich muss die Tür zu machen hier. Oh, was ist jetzt los? Okay. Tschakka, tschakka. Ich will lieber spielen als lesen. Ich kann es sowieso nicht so gut Englisch. So. Aber ich glaube, das muss ich nicht so oft genug sagen. Auch ohne Englischkenntnis kommt man hier sehr gut an. Also ich habe schon ein bisschen Englischkenntnisse, aber nicht so groß. Wette nicht, muss wieder Schlüssel finden. Für den Ausgang. So wie es aussieht. Hä? Oh, was ist jetzt los? Okay. Irgendwas war es da. Naja. Lassen wir es mal so stehen. Äh, da war ich. Dann gehen wir da hinten weiter. Mit der Tür auf. Ist hier was? Alles gucken. Oh. Oh. Scheiße. Okay. Da war ich, ne? Da muss ich hier rein. Also ich muss nicht, aber ich... will auch gar nicht. Oh, es rauscht. Kann man wachen. Boah. Ich habe bloß die Tür auf hier. So, was haben wir hier? Gar nichts. Nur gesaufe. So, haben wir hier irgendwas? Nein. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Oh, scheiße. Okay. Das hat nicht so oft Scheiße zu sagen. Ist nicht gut. Aber ihr habt es schon verstanden. Oh, da hängt was. Das Zettel. Illumination. Okay, Illumination. Ähm. Chicky, chicky. Oh, jetzt kommt der Raum wieder. Okay. Na, was haben wir dieses Mal? Aha. Also es muss wahrscheinlich auch so sein. Nö. Was ist da oben? Was war das? Nix. Okay. Da nicht. Gehen wir hier um die Ecken. Hier sind auch noch ein paar Räume. Muss ja irgendwo mal ein Schlüssel sein, oder? Hier ist auch wieder was. Okay. Schon recht. Da ist nix drin. Schade, schade, schade. Hier geht's weiter. Hier war ich noch nicht drin, ne? Ne. Boah. Ah, Schlüssel. Oh, muss ich jetzt wieder? Schlüssel, Schlüssel. Okay, ich muss wieder die Tür finden, ne? Ach du meine Güte. Die da oder was? Ne, das war nicht die Tür. Äh. Ja, toll. Ah. Ne, ne. Da geh ich nicht nochmal rein. Das ganze Schiff vergessen. Äh. Hä? War da noch ne Tür da? Fahr ich da hinten, oder? Doch, da hinten. Hier sind auch noch Türen. Aber hier war ich auch noch nicht drin. Da geh ich auch nochmal rein. So. Ja, ja. Ist ja gut. Boah. Boah. Ist ja schon gut jetzt. So, Exit. So, nächstes. Oh, das ist vorbei, ne? Das wäre mir lieber... Ne, ist nicht vorbei. Oh. Oh Gott. So, es geht weiter. Nächsten Türen. Inspektieren. Und... Äh, irgendwas. Und detektivieren. Ich lasse da die Türen offen, da weiß ich immer gleich, wo ich schon war. Ist auch am besten. Vermute ich mal. Ja, 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 Report. Okay, da ist nix. Aber seht ihr auch, ohne Lesen komme ich hier weiter. Weil so viel Text ist es nix. Langweilt ihr euch ja. Das wäre sogar ich blöd. Oh, die große Uhr wieder. Oh, oh. Okay. Doch nichts. Weiter, weiter, weiter. Wir kommen da nicht rum. Oh, oh. Oh, oh. Ich stehe wieder andersrum. Hallo, ba. Okay, tschakka. Haha. Ich gehe schon weg. Ich weiß, dass du mich nicht magst. Ich mag die auch nicht. So. Aber es könnte mal wieder ruhig ein paar Bücher wieder rumfliegen. Hätte ich nie... Stay. Okay. Stay. Stay a while. Äh. Ich gehe mal hier lang. Ne, da war ich doch, oder? Ah ja, da kram ich her. Da gehe mal hier lang. Stay, stay, stay. So. So, machen wir hier wieder Tür auf. Die Spielchen kennen wir ja schon. Das mal gleich offen. Hoi. Was geht jetzt ab? Sag mal, ist das hier irgendwie ne Qual, oder was die wir hier durchmachen, oder wie? So kommt mir das hier langsam vor. Also hier werden wir hier das durchspielen, was die Patienten hier durchgemacht haben, wie ne Qual. So komme ich mir langsam vor hier. Boah. Alter. Das ist doch mal schön die Tür auf, ja? Ich bin immer noch da. Das ist sehr unfreundlich von dir. Oder von Ihnen. Oder von irgendjemandem. Ich glaube, jetzt wird er langsam aggressiv. Wer auch immer das ist. Ich glaube, da war kein... Oh nein. Kein Besuch. Ich habe mich nicht erschrocken, weil ich dich schon kenne. Tschüss. Ich fülle Licht an. So, was haben wir hier? Alkohol. Schäkel clicked. Lalo, lalo, lalo. Hahaha. So, in den nächsten Türen. Ich möchte mal langsam hier einen Schlüssel finden. Das war gut jetzt, das war gut. Ich hab mich erschrocken. Okay, Request. Okay. So. Also ein paar Schrecker sind schon gut, ne? Muss ich echt sagen. Oh ja, beruhig dich. Ist hier irgendwas? Ne. Ist gar nichts. Raus. Was ist hier? Wie ist hier so ein Raum da? Wieder ins Zettel. Da ist nichts drin. Aha, okay. Dann geht's weiter. So, jetzt heißt es Schlüssel finden. Immer wenn wir diesen Raum haben, dann kommt der Schlüssel. Also hier war ich schon überall. Dann gehen wir mal hier drüben rum. Dann brauchen wir wieder die Exit-Tür, ne? Natürlich. Ich hasse diesen Raum da. Schlüssel! Ha! Ich hab den... Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Äh, bitte, bitte. Bitte, was ist... Äh? Muss ich jetzt was machen, oder? Hallo? Würden Sie mich bitte hier... Geht schon gleich. Äh, halt. Hoh! Aha. Okay. Das war wahrscheinlich nur Angstmacherei. Ihr kleinen... Mistviecher. Mistviecher. So, hier noch? Okay, dann gehen wir jetzt zur Exit-Tür. Und nehmen den Schlüssel. Zack. So. Es geht immer noch weiter. Boah, wie lange ist das Spiel, ey? So, neue Räumlichkeiten. Fahre mir hier gleich an. Alles untersuchen. Was hier nur zu untersuchen gibt. Ich brauche mir wieder Batterien hier, du Freundchen. Wie wär's? Schenkst du mir ein paar Batterien? Und zwar... A plus. Oder so ähnlich. Report wieder. Ich wär mir dankbar wieder an die Batterien. Dann steh ich da und hab keine. So, Schnaps gefällig? Alter, dass es einfach so frei zugänglich ist. Hier ist wieder mein Freund. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Ach Gott. Hier rein. Ah! Batterien. Sehr gut. Batterien können wir immer gebrauchen. Wissen wir ja. Hier ist nix. Raus, 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 raus. Hier rein. Ist hier was drin? Ne. Ich muss auch immer gucken an... Raus. Ich muss auch immer an der Wand gucken, nicht dass hier irgendwas ist, was ich übersehe. Achso, das ist noch ein Rollstuhl. Boah, Rollstuhl finde ich echt... ...zu mies. Okay. Okay. Wieder das gleiche Spielchen. Die Geister, die ich rief wahrscheinlich. Ja gut, hier ist nix. Ne, ne. Okay. Weiter. Ach, nö, bitte. Ach, nö, bitte. Ach, muss das sein? Ah, es muss sein. So, Rollstuhl. Laufen wir mal hier hinter. Ach, hier ist Exit-Tür. Okay. Ja, sehr gut. Beruhig dich. Da ist nix. Ja, jetzt bei erstmal Schlüssel, ne. Oh, Schlüssel geht nix. Also, da hinten ist der Schlüsselraum. Jetzt gucken wir hier nochmal. Wenn wir einen Schlüssel haben, gehen wir gleich da hin. Weil noch länger... ...gucke ich da nicht noch rum. Oh, Mann. Okay, kein Schlüssel. Raus. Bloß raus hier. Hier vielleicht. Wieder aufmachen. Oh, ne. Nicht schon wieder. Oh, ne. Dankeschön für die Behandlung. Ich geh weiter. Der Schlüssel ist umgekippt, oder? Wo ist denn jetzt dieser gottverdammte Schlüssel? Wieder Notiz. Ich brauch den Schlüssel. Ist es jetzt größer geworden, oder was? Wow, was ist das da? Boah. Ich brauch mal Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ha? Okay, Augen. Wahrscheinlich wegen Beobachtung. La 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 la. Hier ist der Schlüssel. Nehmen. Oh, nehmen bloß. Ja, ja. Ist schon recht, Schuss. So, jetzt gehen wir dahinter. Boah. Noch kranker geht's nicht mehr, oder? Ist das hier ein Hospital, oder was? Oder eine Irrenanstalt, oder wie? So, da hinten ist Exit. Da setzen wir jetzt eine Schlüssel ein. Boah. So. Das geht immer noch weiter. Wie lang ist das? Ach du Scheiße. Auf da, Zettel, danke. So, das Ganze machen wir jetzt ein bisschen schneller. Aber jetzt wissen wir ja so ungefähr, wie es geht. Das heißt, immer wenn wir hier einen Schlüssel haben, sofort zur Exit-Tür hinlaufen. Jetzt sieht mal alles so gleich aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ist schon recht. Achso, jetzt ist die Uhr wieder runtergeflogen. Okay. So, aufmachen. La 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 la. Da ist nix drin. Gehen wir hier weiter. Hier rein. Ist wieder mein Freund. Ah, die Batterie. Da ist n Zettel. Okay. Da, 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 da. Äh. Hier da. Ich wollte später in die falsche Richtung laufen. Hab das gemerkt? Tch. So, und gehen wir hier weiter. Oh, Mist. Sag mal, kann es sein, dass ich hier falsche Türen aufmache? Weil es hier mal gleich ist dann. Verstehe ich nicht. Hör. Hallo? Was ist denn jetzt los? Achso. Also doch. Ich muss wahrscheinlich den Schlüsselraum. Den Raum finden, wo der Schlüssel drin ist. Oh Mann. Boah, was willst denn du von mir? Boah, geht's dir doch gut? Das fällt ja eigentlich ein. Mich da zu erschrecken. Ich bräuchte mal langsam Schlüssel. Wo ist denn der? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Schlüssel? Ja, ja. Schon gut. Immer der gleiche Witz ist auch nicht gut. Komm, mach auf. Das ist das gleiche. Ich hab's gewusst. Boah, Alter. Tch. Ist denn jetzt der Schlüssel? Nee, der war kein Schlüssel. Warte mal, warte mal, warte mal. War der hier drin? Warte mal, der war da hinten. Genau. Nee, der war schon überall. Hä? Ja, okay. Ich glaub, das war's jetzt auch von dem Spiel. Weil das ist mir zu lang. Sonst dauert das auch für euch zu lang. Irgendwie wiederholt sich hier alles. Voll komisch. Okay. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Hier zu einem nächsten Indie-Horrorspiel. Tschüss. 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 Vielen Dank.